Hallo und herzlich willkommen. In dem Video will ich euch mal zeigen, wie ihr an so einer digitalen Konferenz, an einem digitalen Event teilnehmen könnt, wenn euer Laptop, Desktop vielleicht gar keine Videokamera hat und ihr trotzdem dort natürlich per Video auch dabei sein wollt, weil dann ist einfach die Energie höher, der Austausch ist ein bisschen wertvoller und man kann sich auch sehen und kann die Emotionen dann auch natürlich ein bisschen mitbekommen. Ich mache das immer, wenn ich unterwegs bin. Ich nutze dann mein Smartphone oder das Handy, hier das iPhone, und dort habe ich eine bestimmte App geladen, die heißt Zoom. Wir integrieren in iRooms die Videokonferenz-Software Zoom und wenn ich die auf dem Handy habe, dann kann ich hier über die iRooms-App auf den Knopf drücken und es startet automatisch die Zoom-App und ich bin dann mit dem Handy im Call drin und kann quasi auf dem Desktop oder auf dem Laptop, wenn ich unterwegs bin, über den Browser dann auf den Dokumenten mitarbeiten und hier habe ich den Videocall drauf. Und ich zeige euch einfach mal, wie das geht. Ich zeige euch erstmal das Bild selber. Hier seht ihr den Bildschirm und Screenshot und ihr seht, da ist die iRooms-App und die Zoom-App und die Zoom-App, die müsst ihr einfach erstmal runterladen. Und wenn ihr die runtergeladen habt, dann funktioniert das natürlich, dass ihr dort an der Videokonferenz teilnehmt. So, jetzt habe ich die App runtergeladen. Ich starte jetzt hier mal auf meinem Handy iRooms und gehe dann in das Event hinein, das wir heute veranstalten oder das wir veranstalten, bei dem ich es zeigen möchte. Und in dem Event selber habe ich dann auch verschiedene Icons und die zeige ich euch, die sehen dann folgendermaßen aus. Also, ihr seht hier die, guckt mal, ja, ihr seht da zum Beispiel das Video-Icon und wenn ich jetzt hier auf Video klicke, dann springt er rüber in die Zoom-App und verbindet mich quasi sofort. Und ihr seht es ja auch, jetzt bin ich hier mit der App drin und auch mit meinem Laptop. Und ihr seht hier hinten gleich den Greenscreen. Das ist also so, dass ich im Hintergrund einen grünen Screen habe. Wir sind jetzt hier in unserem Produktionsstudio und da hat man alle Möglichkeiten, um den Hintergrund frei zu wählen. und Zoom bietet da die Möglichkeit, den Greenscreen zu wählen. Und jetzt nehmt ihr quasi hier teil. Was noch wichtig ist, auf dem Handy könnt ihr jetzt wählen, ob ihr mit dem Audio des Handys teilnehmt. Das macht meistens Sinn. Oder ihr wählt euch eine Telefonnummer ein. Ich sage mal abbrechen, weil sonst gibt es hier einen komischen Ton. Und ich sage jetzt hier auch mal, das Video verlassen. Und dann ist quasi hier das, bin ich hier wieder mit dem Handy raus. und das müsste dann noch passen. Das Meeting verlassen und schon bin ich raus und dann sind nur wieder wir zusammen. Das war es soweit. So könnt ihr quasi mit dem Handy, wenn das Laptop oder der Desktop keine ausreichende Kamerafunktion hat, hier über die Kamera teilnehmen. Das war es soweit. Ich wünsche euch viel Spaß. Wir sehen uns. Tschüss. Tschüss.